Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Halbfinale Hinspiel und das ist ein Kracher. Zwei Teams, die, welche Überraschung, ins Finale wollen, die sich auch heute wahrscheinlich wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Es ist ein spannendes, ein hochinteressantes, ein offenes Duell. Die, welche Überraschung, ins Finale, die, welche Überraschung, ins Finale, die, welche Überraschung, ins Finale. Und damit geht es nun los, dieses Halbfinal-Hinspiel aus der UEFA Champions League. Sterling jetzt am Ball. James. Sieht vielversprechend aus. Chelsea immer wieder mit diesen tollen Pässen. Oh, da machen sie Druck. Könnte die Führung werden. Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0. Sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor. Wichtiges Tor. So ist das Tor entstanden. Erst kommt der Doppelpass. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Ball jetzt bei Sterling. Chelsea kommt über außen. Und da haben sie den Ball. Der Ballgewinn. Den Ball hält er gut. Kamal Winger. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. James. Jetzt Scherzi mit der Offensive. Jetzt können sie es entscheiden. Scherzi macht das Tor. Sie waren dran. Haben ihn eigentlich gut gedeckt. Aber offensichtlich nicht gut genug. So, liebe Zuschauer. Wir hören den Schlusspfiff. Das Hinspiel geht also an den FC Chelsea. Sie setzen sich also in diesem Halbfinale Hinspiel durch. Deutlich sogar. Und jetzt gehen die Gedanken sicher schon in Richtung Rückspiel. Mit der Leistung aus diesem Spiel ist da wieder eine Menge möglich. Joao Felix hat uns heute eine Menge geboten. Wie hast du ihn gesehen? Schöne Spiel. Schöne Leistung. Tor gemacht. Sieg eingefahren. Und es gab ja weitere gute Szenen. Hätte hier durchaus noch mehr machen können an diesem einen Treffer. Da hat so ein bisschen das Glück gefehlt. Da hat so ein bisschen das Glück gefehlt.